Kümmer dich nicht um mich, Ladybug. Das ist alles meine Schuld. Weil ich die Bäume retten wollte, werden sie jetzt alle entwurzelt. Hätte ich mich nicht eingemischt, wäre das alles nicht passiert. Du liegst falsch. Du bist nicht das Problem, sondern die Lösung. Du hast tolle Ideen. Milena, brem. Ich gebe dir nun das. Nein, Ladybug. Ich kann keine Superheldin sein. Ich hab so viele Ängste. Ich hab einen Waffen gegen meine Angst vor Wasser, einen gegen meine Angst vor Bienen. Ich brauche eine Kette, um keine Angst vor Wappens zu haben. Ist dir klar, wie viele Ängste du schon überwunden hast? Die Sachen, die dir bei deinen Ängsten geholfen haben, sind wie das Miraculous. Und du bekämpfst jeden Tag etwas, ohne dass das irgendjemand mitkriegt. So als hättest du eine geheime Identität. Die Wahrheit ist, du bist schon längst eine Superheldin. Du brauchst nur noch einen letzten Button. Milena, brem. Voller Stolz überreiche ich dir das Mäuse Miraculous. Setze es fürs Allgemeinwohl ein.